Heute ist der 24. Dezember. Das bedeutet, es ist endlich Weihnachten. Ich werde Lisa wecken. Ich werde Lisa wecken. Sie wird sich freuen. Bald gibt es Geschenke. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen, mein Schatz. Lisa, wach auf! Heute ist ein besonderer Tag. Was ist denn los, Papa? Du musst aufstehen. Heute ist Weihnachten. Du musst aufstehen. Heute ist Weihnachten. War der Weihnachtsmann schon da? War der Weihnachtsmann schon da? Nein, der Weihnachtsmann war noch nicht da. Nein, der Weihnachtsmann war noch nicht da. Er kommt erst morgen früh. Er kommt erst morgen früh. Was machen wir jetzt? Wir backen Plätzchen mit Mama. Wir backen Plätzchen mit Mama. Okay, ich komme. Okay, ich komme. Hallo, Mama. Wie kann ich dir helfen? Hallo, mein Schatz. Wir backen jetzt Plätzchen. Hallo, mein Schatz. Wir backen jetzt Plätzchen. Wir backen jetzt Plätzchen. Super, ich habe schon Hunger. Super, ich habe schon Hunger. Dann fang doch schon einmal mit dem Teig an. Dann fang doch schon einmal mit dem Teig an. Mache ich es richtig, Mama? Mache ich es richtig, Mama? Ja, Lisa, du machst das super. Jetzt muss der Teig nur noch in den Ofen. Danach sind wir fertig. Danach sind wir fertig. Was gibt es noch zu essen, Mama? Was gibt es noch zu essen, Mama? Ich habe eine Ente gebraten. Ich habe eine Ente gebraten. Das wird dir schmecken. Das wird dir schmecken. Super, danke, Mama. Super, danke, Mama. Wow, Schatz, das Essen sieht wirklich super aus. Du musst dich bei Lisa bedanken. Du musst dich bei Lisa bedanken. Sie hat mir sehr geholfen. Sie hat mir sehr geholfen. Vielen Dank, Lisa. Vielen Dank, Lisa. Sehr gerne, Papa. Sehr gerne, Papa. Eine Stunde später. Eine Stunde später. Wann bekomme ich meine Geschenke, Papa? Wann bekomme ich meine Geschenke, Papa? Du bekommst sie morgen früh, Lisa. Ich möchte sie aber jetzt haben. Das geht nicht, Lisa. Das geht nicht, Lisa. Warum nicht? Warum nicht? Der Weihnachtsmann war noch nicht da. Er kommt erst in der Nacht. Kann ich etwas für ihn tun? Kann ich etwas für ihn tun? Ja, du kannst ihm Plätzchen und Milch geben. Ja, du kannst ihm Plätzchen und Milch geben. Er wird sich freuen. Er wird sich freuen. Das mache ich. Das mache ich. Komm, wir gehen jetzt schlafen. Komm, wir gehen jetzt schlafen. Es war ein langer Tag. Es war ein langer Tag. Okay, Papa. Okay, Papa. Ein paar Stunden später. Ich höre Geräusche. Wer ist das? Ich höre Geräusche. Wer ist das? Ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich werde die Geschenke unter den Baum legen. Ich werde die Geschenke unter den Baum legen. Hier sind sehr viele Geschenke. Wer sind sie und was machen sie hier? Wer sind sie und was machen sie hier? Oh, hallo. Wer bist du denn? Oh, hallo. Wer bist du denn? Ich bin Lisa. Sind sie der Weihnachtsmann? Ich bin Lisa. Sind sie der Weihnachtsmann? Ah, Lisa, du warst ein sehr braves Mädchen. Ich habe viele Geschenke für dich. Ich habe viele Geschenke für dich. Vielen Dank, Herr Weihnachtsmann. Vielen Dank, Herr Weihnachtsmann. Ich habe auch ein Geschenk für Sie. Ich habe auch ein Geschenk für Sie. Wirklich? 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 Hier sind Plätzchen und Milch. Hier sind Plätzchen und Milch. Wow, vielen Dank. Wow, vielen Dank. Du bist ein tolles Kind, Lisa. Mach nächstes Jahr genauso weiter. Frage für euch. Wen trifft Lisa in der Nacht? A, den Nikolaus, B, das Christkind oder C, den Weihnachtsmann? Schreib einen Kommentar.